Bin ich mit Poco-Halbundern, ne, in Pols? Ja, bitte. Die Artikelnummer, ähm, wo steht dann die Artikelnummer von ihm? Eine, äh, Spiegelwand, äh, Ding, was man im Flur stellen kann. Ja. Äh, für 119,99, das ist in Hochglanzweiß, wir haben das jetzt in Aktion. Sind Sie Ausländer? Ja. Ja, Poco verkauft heute nicht an Ausländer. Wie, nicht an Ausländer? Ja, Aktion gilt nur für Deutsche. Hä? Ja, nur für Deutsche. Ganz ehrlich jetzt? Ja, für Ausländer geht das nicht. Warum? Ja, wir mögen keine Ausländer. Sie mögen keine Ausländer? Nee. Das muss man ja, jemand muss das jetzt mal offen und ehrlich sagen. Nee, jetzt bin ich echt mit Pols, äh, meinen Sie das jetzt ernst, oder? Ja. Also der Verkauf geht nur an Deutschen, oder was? Ja. Sie machen doch ernst, äh, nicht, äh, Sie machen doch keinen Spaß, oder? Nee, ich mache auch keinen Spaß. Sie mögen keine Ausländer? Ja, richtig, haben Sie schon richtig verstanden? Ich schicke euch, alle Deutschen, ich schicke euch, Poco auch noch, okay? Ich schicke dein Poco auch noch. Ich bin ein Ausländer. Okay? Das ist aber nicht... Ja, kriegst du Orgasmus dabei, ne? Sie mögen keine Ausländer. Sie sind aber ein Schwein. Du bist ein Poco bist du, ich komme zu deinem Poco und ich werde mich auch noch bei deinem Chef, ich schicke deinem Chef auch noch. Ja, okay, tschüss, ja, ja, leg auf, Junge. Okay. Duschlampe. Du, Schlampe, du, du. Poco. Du, Schlampe. Vielen Dank.